Musik Weil Haare kämmen, Spaß macht Gim, gim, gim Gim, gim, gim Sieg und Hedges Auszüge aus dem Leben eines asozialen Spinner Verstrahlt und ewig besoffen Ein asozialer Penner Unterbelichteter als deine überbelichtete Mutter Auf dem 35mm Farbfilm Postet Sinnlose Kurze Videoschnipsel auf Facebook Hier ist nun Sieg und Hedges Das erste Posting Und natürlich alle weiteren Jo, moche, moche Ich schmüge ja den Sieg und Hedges auf Tour Ich glaub mich fickt der Storch von hinten grad Ich bin Trockenraucher geworden Ich bin froh, moche, moche Es ist eine volle Party am Start hier, Leute, ich bin wieder in Kroatien, in zwei Wochen so richtig Party machen, Action pur, machen wir so richtig hier. Ich bin jetzt auch wieder, ich bin wieder flüssiger Raucher geworden, Leute, ich kann wieder rauchen, ich habe wieder die ultimative Rauchkraft. Machen, 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 Party, auf Kroßen, diesmal nicht so wenig. Party, diesmal machen wir Party hier in dem März. Hey, Skyl, Leute, Skyl. Wer steht auf dem Stuhl? Oder Benji, warte, hier, Benji. Morsche, Leute, Morsche, Morsche, ey, ich bin jetzt eben so auf meinem LSD-Trieb aus der Kneipe hier, am Bar, bin ich rausgeworfen worden, weil ich zu stone war. Mein ganzes Leben ist kaputt. Alles ist verstanden, ich kann keine Party mehr machen, Leute, ich kann nicht mehr. Aber Leute, ich wollte nur sagen, ich habe es versprochen, ich will nicht, dass irgendjemand was Falsches damit denkt. Ich will nicht, dass jemand irgendjemand was Falsches bedingt. Ich mache Party auf Malo-zah, 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 Party. Malo-zah, Malo-zah, und ich habe eben nicht gesagt, sie geil, sondern ich habe gesagt, sie geil, sie geil, sie geil, sie geil. Ich weiß nicht, was die Sau schüttet, was die davon mir will. Das spüren wir jetzt schon seit einer halben Stunde, ey. Das hört nicht auf, das wird nur extremer. Malo-zah, 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 malo-zah. Zippa! Mit Zippa bin ich hier, Party am Machen. Guck mal, ich hab eins rein. Erst reinen Stoff hab ich besorgt. Erst reine. Hey, guck mal, hat mein Diener mir verschrieben, so. Auf Apothekenrechnung. Hat gemeint, so, das soll ich so, das ballert richtig. Das Problem ist halt nur, das ist was grob, so. Mir ist das egal, Leute. Ihr wisst doch, euer Sieger, der feiert hier die Party die ganze Nacht, so. Irgendwann ganz egal, da bräuch ich jeden mal Kokain, so. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen in die Fritzchen. In die Nase. Ja, Party, Leute. Party, Leute. In die Nase muss die Scheiße, Junge. In die Nase, das soll ich, Junge. In die Nase, immer schieben rein. Alter, Alter, was geht denn jetzt hier? Frage. Oh. Äh, Leute. Ey. Oh, nein. Ich hab die Dreckung. Äh, Leute. Oh, die Sonne, die blöde Dreckskacke da. Äh, war ich gerade hier, äh, Party machen, äh, in Slowenien, äh, in Maloza, ja. Kommt da um, Alter. Ich bin klatsch nass, wa? Hä? two, three, four, drei, vier, 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 vier. Mach's, du? Möge, 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 Möge. Ich bin's, den? Der Sgon ist, äh, aus, äh, aus Askan? Aus, 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 aus Asbestistan. Und die Leute hier sind total scheiße, die haben mir die Haare abrasiert. Ich will ja weg jetzt, es reicht ja. Morchel, Morchel, Leute, ich weiß noch nicht. Leute, ey, komm ich heute aus meinem Zelt raus, Leute. Voll gefeiert gestern, voll Party gemacht, seh ich so aus, ey, mir wachsen die Kippen aus allen Rohren, aus allen Öffnungen und so. Ich wollte gar nicht wissen, wie mein Arsch aussieht, da wachsen sogar Doppelkippen raus, ey. Heute ist Bootfahren, heute ist Partyboot, bin voll gespannt, freu mich total. Ich trau mich ja gar nicht, die Kippen zu rauchen, die ihr in meinem Ohr stecken oder in meiner Nase. Ihr wisst ja, der Sieger, der macht das für euch. Erstmal wach werden und dann steh ich ab aufs Boot, ey. Party, Leute, Party ohne Ende. Hey, Leute, ich bin jetzt hier in... Ich hätte eine lustige Komödie zu sein. In Rovinche. Was ist das? Rovinche. Rovinche gibt mir eine Kirche, ey. Ich geh jetzt zu der Kirche. Ich weiß nicht, wo lang. Entschuldigung. Hallo, 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 Entschuldigung. Hallo, hallo. Geh mal weiter, ich will mit dem Assi nichts zu tun haben. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Geht's denn hier zur Kirche? Hey, wo ist denn die Kirche, Mann? Ey, Alter. Alles blöde Menschen. Moje, ich bin gerade wieder in Thailand bei meiner Freundin. Oh, die schmiert mir immer die Fresse ein mit Zeug, was ich immer so gerne ablecke. Total nett, ne? Ich glaube, ich bin... Morgen bin ich dann in Absufistan. Richtig Party machen. Aber heute genieße ich meinen Tag mit meiner thailändischen Billigprostituierten. Hehehe. Hehehe. Guck, da ist schon wieder der scheiß fucking John, ey. Bescheid. Hey, Leute. Moje, Moje. Hehehe. Ne, ich bin nicht schade. Hey. 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 Hey, Moshe, Moshe. Hey, wir haben volle Probleme so. Hey, ich sag euch. Wir haben hier kein Alkohol mehr am Start. Wir sind hier in fucking, in fucking Dubrovnik. Ja, nicht mal laut. Sag mal laut, aber gestern wir sind in Dubrovnik. Wir haben kein Alkohol mehr am Start, Leute. Ich bin immer noch da, Leute. Ich bin immer noch hier. Ich lasse euch nie im Stich. Ich bin immer für euch da. Wenn ihr mich braucht, ja. Ich bin hier in Malotza, ja. Und ich sag euch jetzt. Wir haben kein Alkohol mehr am Start, ja. Also, Moshe, Moshe. Hier wird auf jeden Fall kein Kater, ja. Weil der Kater ist seine Reihe direkt sofort zum Mistgebot, Alter. Ich muss kotzen. Ich kotzen nicht. Ich kann nicht kotzen. Ich kotze, die kommt nicht. Ich muss kotzen. Ich habe ein gutes geiles LSD gekriegt. Hey, das ist alles Dich. Kickt mich voll weg, du Mensch. Ich glaube, ich bin irgendwie auf dem anderen Planeten gelandet. Mose Leute, Mose. Jungen-Morgen, Meister. Ich fahre jetzt jetzt zur Arbeit. Ich wollte sagen, Mose Mose, ich fahre jetzt zum Meister arbeiten. Ich geh jetzt Fels stechen, Junge, für Olivenöl. Ja, Olivenöl. Weil ich so richtig scheiß Probleme habe. Ich hab kein... Mein Kokain ist aus, Leute. Und dann werd ich aggressiv. Autoimmun-aggressiv. Versteht Ihr das denn nicht? Dann krieg ich voll die Salz-Aggressionen. Und schlag mich immer selber. Nein, 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 nein. Mose, neuer Tag. Und heute habe ich gedacht, ich kaufe mir meinen Krebs im Restaurante. Restaurante Santa Maria. Habe ich Krebs gekauft, habe ich das bekommen, ey. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Mose Mose, Mose. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weil so ein kleiner, dummer... Ich darf das Wort nicht sagen. Ey, aber ich tu da, Leute. Nur für euch sage ich das jetzt. So ein Neger. Ja? Ein Neger in meinem Arsch. Schreit die ganze Nacht, ey. Lass mich raus, lass mich raus. Wer bin ich denn, Junge? Bin ich irgend so ein deutscher, komischer Sklavenhändler in, 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 in... In Rom oder was? In Afrika. In Rom, ja. Bin ich so was? Nein. Ich habe ihn rausgelassen, Leute. Ja. Das Problem ist nur, ich muss mir eine Kippe anmachen, sonst kann ich das nicht weitererzählen. Wo ist die Kippe? Ich bin ja wieder Feuchtraucher. Darum habe ich feuchte Träume gekriegt. Weil ich endlich wieder feuchtrauchen darf. Scheiß Reisebusunternehmen. Zockt ihn voll ab, so. Sagt mir da vor Ort, ey, ist Nichtraucherbus. Ne. Moment. Also. Gehe ich hier auf die Toilette hier, Party Location. Au. 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 auch auf die Toilette. Mach die Tür zu und seh so. So ein Stück, Junge. Spalt. Eigentlich mag ich so Ritzen und Spalt. Aber nicht an Türen. Die wollten mich beim Kacken gucken. Die Kommunisten sitzen mich alle immer nebeneinander auf Gemeinschaftskloß. Und jetzt fangen die hier auch mit dem Scheiß an, hier in dem Land, ey. Wo bin ich hier nochmal? Slowakei oder Slowenien oder Mazedonien oder Maloza? Weiß ich nicht. Wer weiß. Ja, genau. Hast du richtig gehört. Dann bin ich jetzt wieder auf die alte Toilette gegangen. Die ist aus Sozialismus. Die ist 40 Jahre alt. Da hast du wenigstens ne zur Tür. Da kannst du richtig kacken, ey. Jetzt hab ich erstmal den... Den N*** hab ich jetzt erstmal rausgelassen, freigelassen. Der fühlt sich jetzt wohl in der Quarke, wo der schwimmen muss. Hello, hello. Hello, du Sau. Hey, wir sitzen hier schon im Saalzeit gefiltert. 181,3 Jahre. Weil es gibt mir einfach nichts zu trinken hier. Keine Costco Wants. Kein Bier. Bier und Costco Wants sind alle. Also das ist kein Service hier. Ich bin ganz sicher. Ich bin für uns, ich bin super aktiv dell'Engine trouvé. Ich bin für uns, ich bin super einfach, weil ich nicht merken Sie es gut gut. Kein Bier, bitte schön. Tschüss. ha im jula je sie vivo mag Ich habe gerade eine neue Sonnenbrille gekauft hier in der Turzai. Ich bin nämlich jetzt nicht mehr in der Turzai, sondern in der Turzai gelandet. Und dieser blöde Ukrainer hat mir die Brille verkauft. Falsch rum Leute, guck mal hier. Falsch rum. Hier. Die Brille. Die ist verkehrt rum gemacht. Alle schwul, diese dummen Turzen. Alle von der anderen Seite, so wie diese Kackbrille hier. Die ist noch zu voll. Leute, ich sitze hier live unter Pommelon. Pommelon. Schaut euch mal die Blitze an hier. Ich bin in Arizona. In den Vereinigten Emiraten von Amerika. Und hier ist voll der Thunderstorm, Leute. Der geht dann ab hier, ey. Ich bin ab in den Urlaub, bin ich ab in den Süden geflogen. Der geht hier ab. Barbecue. Das hört langsam auf zu regnen. Oh nein. Leute, wenn ich das überlebe, sag ich nie wieder. Sag ich nie wieder morschen, Leute. Dann sag ich nur noch, ey. Heil, sag ich dann. Und dann machen wir das an. Ich bin Söhn. Ich bin so high. Lass mich immer mit der Numbertik. Ich bin so high. 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 Ich bin hier gerade voll im Küffertrip. Im Küffertrip Traumland bin ich. Ich glaube sogar mein Schultes ist eine Zigarette. Eine Zigarette aus meinem Schuh. Ich glaube sogar nur in Kroatien, in Slowenika, mal Ortsa, wo ich bin. Und hier gibt es Zigaretten im Schuh. In meinem Schuh gibt es Zigaretten, Leute. Guckt mal. Schau, mein Schuh raucht hier. Morge, Morge, Morge. Nur nicht heute, sagen all die klugen Leute. Alle hassen mich. Alle hassen mich. Alle hassen mich. Weil der Tiffen ist total toll, weil hier ist nichts. Hier kann ich nichts machen. Die haben mich hier so, da. Ich habe einen Pavillon gekriegt. Da ist mein Pavillon. Der Pavillon. Was ist das denn? Der Reißverschluss geht nicht mehr. Hä? Hallo? Könnt ihr mich hier sehen? Hallo? Hallo? Moment. Ich mache es bald besser. So. Hallo. Ich bin ein Pappillon. Und der Reißverschluss geht nicht mehr auf. Ich komme nicht mehr raus. Verdammt. Ich will hier raus. Ich krieg hier Zeltangst. Hallo. Könnt ihr mich jetzt noch sehen? Ja. Ich glaube, ich habe zu viel gesoffen gestern. Aber die Party war voll krass. Die Party. Ich kann nicht richtig rauchen, Mensch. Aua. Wow. Pavillon. Ich hasse Pavillon. Das hat sich nicht in der Tür bekamen. Es macht immer alles. Das ist. Man muss alles selber ordentlich aufmachen, weil die Reißverschlüsse am Pavillon nicht gehen. Menschen, Kinder. Wir müssen ja jetzt noch eben nach Arabien fahren. Über Albanien. Ich muss doch auf einmal. Wir müssen noch den Sigron abholen. Der hängt da irgendwo fest. Im Pappillon. So. Habt ihr gehört? Ich kriege eine neue Sache. Isch eine neue Sache. Es ist super. Ja wir müssen Siegon abholen. Was? Nee. Doch, er hat sich in irgendein Pavillon eingeschlossen oder so, hat er gerade gesagt. Ich bin weggeworfen. Arme Siegon hätte das. Ach Pech, weißt du. Können doch einfach da lassen, dann fahren wir halt nicht über Arabien nach Albanien. Oder umgekehrt, hab's vergessen. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.